Willkommen zum Jalicious Thursday Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plackend J Es ist wieder FIFA Tag Es ist Jalicious Thursday Und ich habe mir überlegt, was könnte ich noch ein bisschen zeigen Ich meine, die FIFA Saison ist eigentlich so gut wie beendet Viel kommt da nicht mehr Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt Ja, weiß ich nicht Die Folge von der italienischen Also die, die, die Folge Die italienische Folge letzte Woche Ist für mich jetzt noch nicht offiziell ausgestrahlt Ich nehme ein bisschen im Voraus auf Deswegen kann ich noch nicht Mich auf die Tipps davon berücksichtigen Falls ihr mir welche gegeben habt Aber ich möchte vielleicht auch noch irgendwie was hier in der Mannschaft ändern Weil irgendwie gefällt mir teilweise groß nicht Der etwas arg langsam ist Aber was nützen mir dann die 150.000 Da weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll Wenn ich den dann dafür so viel verkauft kriege oder was auch immer Wie viel wert ist er? Ja, 150, 185 Irgendwie sowas um den Dreh herum Müller ist auch nicht unbedingt so geil Aber gut, das ist ja auch klar Das ist ja rechtes Mittelfeld Da hat er auch nur eine 7er Chemie Ja, ich weiß nicht Ob ich da noch groß was ändern kann Machen sollte Ich will auch jetzt nicht wieder alles verkaufen Weil dann hätte ich halt mega Verlust gemacht Das ist auch scheiße Ich muss mir das noch überlegen Ob ich da was groß ändern will Sonst, ja Schauen wir mal Vielleicht kriege ich ja nochmal nächste Folge Hardy vor die Linse Aber erstmal zocken wir jetzt mit unserer Guten alten deutschen Supermannschaft Einfach mal wieder ein schönes FIFA-Gamechen Versuchen mal wieder zu Rulen Wahrscheinlich klappt es eh nicht Man weiß es nicht Alter, was hat denn der für ein komisches Zeichen? Oh Gott, Kaiser Chiefs Trikot Das sind doch immer denn die umfassbaren Prost Road to Dream Ja, sicher Gott, ich werde bestimmt hart gefistet von dem Er hat aber auch Echt nicht so krasse Mannschaft Und er hat auch nur viereinhalb Sterne Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich erstmal Einen richtigen Momentum-Scheiß am Sack Mal gucken, wie es läuft Muss ja auch nicht falsch laufen Oder schlecht laufen Man weiß es nicht Gucken wir mal Ich hoffe nur nicht Oh, jetzt drückt weiter wenigstens Oder guckt er sich gerne die Mannschaft an Oh, ich will auch schon eine blaue Mannschaft Alpha Day FC Was ist das denn? Das ist bestimmt Saudi-Arabische Liga, oder? Road to Dream Da ist er aber noch nicht so weit gekommen Wenn das eine einzige Mannschaft ist Aber ich glaube es fast nicht, ehrlich gesagt Ach Gott, das ist so ein Trixer-Mongo Oh mein Gott Ja, gut Egal, auch ein Trixer Können wir mal platt machen Damit man sieht, dass Trix nicht alles ist Sondern auch gute Spieler Pace-Spieler Wie auch immer Aber schauen wir mal Was ist das? Alter, das ist ja wohl ein Scherz Da laufen sich beide Spieler erstmal wieder schön über den Haufen Oh Mann, ey Das wird glaube ich ein ganz happiges Game Ach ja, ich habe übrigens ein bisschen was umgestellt hier Seht ihr vielleicht Alter, ist der schnell Man sieht jetzt die Namen drüber Sepp sagte mir Das ist eigentlich ganz cool Dann mache ich das auch mal Alter, ich komme hier gerade überhaupt nicht voran Richtig schlecht So, jetzt kommt da der Trick hier Ja Komm Weißt du, sowas habe ich Ne? Schon erahnt Ach, Kacke Ich dachte, ich kriege den Ball Dann könnte ich nach oben passen Jawohl Nice, Müller Oh Gott Das war eine schlechte Annahme Kein Trixer der Welt Kann auch Santana aufhalten Alter, ist der auch Bonner stark Ja, auch ich kann tricksen Da kriege ich den Lewandowski nicht Das kann nicht sein Oh Gott, Eckbälle Eckbälle brauche ich gar nicht schießen Treffe ich eh nicht Ja, komm, machen wir mal Ach, jetzt schieße ich mit Castro Na, fuck Okay, habe ich auch viel zu weit gedrückt Da habe ich mich vertan mit dem Drücken Mit den Tasten Und jetzt haben sie die Chance Ach, ist doch scheiße Das war ein leicht Der könnte fangen Nein Ja, Robin Frikandel-Power Yes Hammer, geil Ich habe heute einen leckeren Frikandel gegitten Es war sehr, sehr, äh, smakelig In, äh, mit mein Krogetchen Lewandowski Habe ich in, äh, Löke Doch, gesotten Geschrauten Geschossen So, mal gucken, ob wir das dann auch halten können Weißt du, wer kann ja so viele Tricks Wie er will und dribbeln Und hast du nicht gesehen Muss halt hier, äh, ne Ja, komm Oh mein Gott Das sollte nicht zu überheblich werden Scheiße Das ist nicht so cool Die Träger sehen übrigens ziemlich fett aus Die der hat Ich finde das ziemlich cool Mit dem, mit dem orangen Mit der orangenen Schrift da im Hintergrund Sieht echt nice aus Oh, ohne Scheiß Weißt du, er dachte Er ist wahrscheinlich Mega geiler Dribbler Von sich ausgesehen Aber da sehe ich ja Ehrlich gesagt Noch nicht allzu viel, äh Von den Abwehrkünsten Die er da hat Er kann scheinbar nur dribbeln In die Füße von Müller Dribbelt er ganz gerne Ohne zu überlegen Ohne zu überlegen Müller Lewandowski Schöner Pass Boahm Wo fasst den Held her Ja sicher Ist klar und so So, jetzt will ich ja für groß die Ecke machen Es ist zum Kotzen Weißt du, Santana gewinnt halt auch die Kopfbälle Aber ich kriege ihn nicht in der Scheiß Tor Haben die irgendwas geändert von mir, ey? So ein Scherz Ja, da habe ich gedacht Der geht raus Scheiße Hätte ich einfach abziehen müssen Dann wäre der drin gewesen Fuck Wir haben aber auch Chancen gerade Oh, jetzt habe ich ein bisschen lang wieder gedrückt Ups Das ist so ein Witz Das ist so ein Witz Das ist so ein Scherz Alter, was ich an Chancen wieder habe, die ich vertue Und dann kommt er wahrscheinlich einmal gleich durch Irgendeinem Luckshot Wir sind jetzt los Oh, nice Sehr gut Oh, das war dumm Das war dumm Das war dumm, Jay Das war mega dumm Dumm, 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 dumm Dummi, 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 dummi Dummi, dummi, dumm, dumm Und das vor allem von ihm auch Und der Pass war noch behindert Und jetzt kommt gleich eine Scheißfunke Und die ist gar nicht so ungefährlich gewesen Oh, da wäre ich fast durch gewesen Da wäre ich beinahe durch gewesen Mama Boah, das kann nicht wahr sein Der wäre auch eine richtig krasse Torschance geworden Hätte, hätte, hätte Never Jetzt kommt, zieht er eh nach oben Das war so klar Irgendwie ist er sehr, sehr Also er kann halt Oh mein Gott Er kann halt tricksen Aber irgendwie ist er mega vorhersehbar Laber Oh, nice Adler Richtig gut gehalten Puh Wie gesagt, der Typ ist gefährlich Er ist ja nicht umsonst mit der Mannschaft Liga 1 Weiß gar nicht Haben die irgendwie alle 4-Sterne-Skills Mindestens, dass er die hat Wahrscheinlich Ich kann mich auch mal erinnern Von einem Pogba Ziemlich fertig gemacht worden zu sein Ist aber schon lange her Ich weiß auch gar nicht Ob das in der Aufnahme war Oder ob der mir einfach nur Im Gedächtnis geblieben ist Als ich auch mal so aus Spaß FIFA gezockt habe Nice Lewandowski Geht mal einmal in die Abwehr Und holt sich den Ball Nice one Ach komm Ja ohne Scheiß Hier rote Karte Vom Platz Weg mit dem So Das ist ein Scherz Das ist echt ein Scherz Ich habe nichts gedrückt Ich habe diesmal wirklich nicht L1 gedrückt Oder so Dass der Ich wusste, dass der dann irgendwie den lupft Oder sowas Aber der hat den dann trotzdem gegen die Oh Ey, wie viel Pech ich einfach nur habe In dem Spiel gerade Die Chancenverwertung ist wieder unter aller Kanone Wow Wow Toll Ich kann ein bisschen drehen Hast du fein gemacht Nicht Jetzt, wer braucht denn schon die ganzen Tricks Ich finde, man muss seine Mannschaft halt mit den Laufwegen auch viel besser kümmern Dann kann ich auch hier dieses Wie heißt das? FIFA Street zocken Wenn ich hier nur tricksen will Kriegt man doch irgendwie Punkte dafür, oder? Habe ich nie gespielt Fand ich nicht so geil Jetzt kommt der die ganze Zeit da Jetzt kriege ich den Ball nicht gefahren Ich weiß noch genau Pogba hat den üblen Schuss Oh Siehste Pogba Der ist denn Pogba Ist der Bruder von Drogba Witzig Oh Okay Halbzeit 1-0 Also bei den Chancen Hätte so ungefähr Bestimmt 3-1 stehen müssen Und nicht 1-0 Egal Auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel Das kann man ja schon mal behaupten Und sagen Und es ist so Boah Jetzt musst du ja nicht die Dinger ehrlich angucken, oder? Boah Sehr gut Auf jeden Fall bin ich verdient in Führung So viel kann ich auch schon mal sagen Zumindest meiner Meinung nach Keine Ahnung Ich danke Willkommen zum Jaylicious Thursday Wieso muss der denn die ganze Zeit jetzt Pause drücken? Ich habe heute etwas wenig geschlafen Deswegen bin ich ein wenig noch müde und vergehend Aber das ist kein Problem Das ist vollkommen leger Sehr gut Können wir dann jetzt endlich anfangen Hier Ist er jetzt auf K? Kein Bock mehr auf mich, oder wat? Easy Jetzt muss er an eine schöne Flanke kommen Fuck Boah Will er mich jetzt abfucken? Er schafft's Definitiv Warum? Warum machen das die Leute? Stellt er jetzt so lange um, oder was? Das habe ich auch noch nicht verstanden in FIFA Dass man einfach Start drückt Am besten jetzt noch dreimal hintereinander Oder ist es eigentlich so, dass die Leute dann halt immer irgendwie was beschäftigt da sind Oder was auch immer Ich meine, dann spiele ich doch kein FIFA, wenn ich weiß, dass irgendwas gleich kommt Alta und wieder Okay, er will mich abfucken Ach ja Wie geht's euch so? Mir geht's ganz gut Wir haben heute einen gechillten Sonntag, wo ich aufnehme Und Ja Ich habe heute noch ein bisschen andere Sachen aufgenommen Heute ein bisschen Hunger Games gezockt Die Folge müsstet ihr sogar schon gesehen haben Bin mir aber gerade selber auch nicht mehr im Klaren Aber müsste Doch die habt ihr schon gesehen Also die jetzige Folge von Hunger Games Und ich noch aufnehmen Alter Der will mich echt abfucken Okay Fick dich Einfach nur fick dich, Junge Ja gut Die Sonne scheint Meine Fleischfressenden Pflanzen machen sich übrigens fabelhaft Die Venus Fliegenfalle Der Herbert Der hat schon Ein zweites Nein, nein, ein zweites Ein weiteres Ärmchen bekommen sozusagen Ach, es geht weiter Yay Jetzt bin ich wahrscheinlich irgendwie voll aus dem Konzept Und das versucht er wahrscheinlich jetzt irgendwie zu machen Aber nix da Das gibt es nicht Haha, Alaba ruled Boah, was denn passt Lol, da habe ich niemals mit gerechnet, dass der ankommt Scheiße Alter, war das ein geiler Pass von Kroos Leckt mich am Sack War der gut Oben Okay, versuchst du dribbeln Ohne Scheiß, Junge Du bist so dämlich Tut mir leid Dass ich dazu sagen muss Aber es ist halt so Warum muss er denn Auf Teufel komm raus Und mal dribbeln Nein Nice, Castro Schön gefangen Leider Hat er dann trotzdem den Ball bekommen Der beißt sich echt an meine Abwehr die Zähne aus Gefällt mir Oh oh Ich bin worden Komm, hopp Was ist denn das für ein Pass Das bin ich aber nicht gewohnt Von dir Oben, 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 oben Ja, komm Pff Das war jetzt Er hätte er mehr raus machen müssen Können Was ist das ärgerlich für ihn Wo muss das ärgerlich sein Nein Man kann auf jeden Fall ganz gut dribbeln Aber ob das Laber Ah, sehr gut Aber ob das Bis zum Ende reicht Ich wage es fast zu bezweifeln Obwohl noch Es ist immer noch 1-0 Ja Und wenn, dann weiß ich Alter Lächerlich Dann sehe ich es definitiv An meiner Chancenauswertung Wollte ich Als Chancenverwertung Ach, Mann Ist das mies Egal Egal Go, go, go Nein Jetzt versuche ich auch mal zu tricksen Und es klappt nicht Oder zu dribbeln Tricksen ist ja was ganz anderes Nein Scheiße Weg Was hat er gesagt Was hat er gesagt Was Mami Ach ne Was Mami Nein Nein Scheiße Unten 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 Alaba ist nicht da Alaba ist nicht da Alaba ist nicht da Mama Und wieder Verkackt durch Dein dummes tricksen Du bist eine dumme Nuss Und das ist eigentlich So traurig Weißt du Dass der nur mit seinem Scheiß tricksen Versuchen will Da ranzukommen Und es einfach Auch nicht schafft Also er kann halt Theoretisch die tricks Aber er macht halt nichts raus Nein Mach es doch nicht Mit dem Kopf Ich dachte Er macht den Volley Fuck So komm jetzt Team Pressing Konter Go go Na toll Wow Nimm ihn doch Was war das denn Für ein Name Naingulan Oder was Hab ich noch nie gehört Komm Mach doch noch Ein Dreher Und noch Ein Übersteiger Und noch Eine Körpertäuschung Das wird dem Nichts bringen Oh der Obbonner Ist echt hart Und jetzt leckt sie Hammernervisch Der Obbonner Ist echt nicht schlecht Oben ist Castro Frikantelchen Tschüss Nein da steht Der im Abseits Boah Und wieder nicht Das ist gerade Echt eine traurige Sache Schön geklärt Mr. David Mr. David Alaba Okay Und wieder In Richtung Einwurf Oh mein Gott Ich will das nicht Unentschieden verlieren Das ist wirklich Wie eine Niederlage Für mich So fühle ich mich Zumindest Er kann mein Wegen Tricksen Ja aber was anderes Kann er halt gar nicht Boah was Dann räumt er mich Da voll weg Nicht mal ne Karte Nein nicht Gastro Äh Castro Prost Oh das ist viel zu wenig Scheiße Fuck Oh man Scheiß 86. Minute Und scheiß Nein Golan Nein Golan Hab ich noch nie gehört Den Namen Aber viele davon Ja ich kenn mich auch mit der Italienischen Oh lol Nice Der italienischen Liga Gar nicht aus Oh dieses scheiß Springball Wie ich es verfluche Wie ich es einfach Nur verfluche Und er das Ich weiß nicht wie er das macht Aber er macht es dann Immer wenn ich dann Verlieren will Dann macht er das Ja halt den Halt den Ball Am besten noch Ein bisschen länger Du Arsch Ey das ist ja wohl Ein Witz Jetzt hopp Renn Renn Nein Verdammt Scheiße da hatte ich die Chance Da hatte ich saugen Fuß Es ist echt ärgerlich Dass man das Spiel Unentschieden spielen muss Richtig ärgerlich Aber ich hatte einfach Ganz schlechte Chancen Verwertung Ja Richtig behindert Gut Machste nix Nächste Woche ist auch ne Woche Und haut rein Bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss